Levinu, unser Superstar, fünfjährig, hat sich super gut gezeigt die letzten paar Monate her, muss ich ehrlich sagen, der fängt an richtig zusammenkommen, sein großer Körper, der braucht Kraft, Zeit, sehr, sehr gut. Super Trabherr, super Takt, immer gleichmäßig in Wendung und auch hier, wenn Thomas ein bisschen zur Seite geht, ist immer dabei, der verloren keinen Takt überhaupt und sehr, sehr schön und immer mit seinen Oberarm da vorne, richtig gut. Das ist natürlich ein Pferd mit seiner Größe, der braucht immer ein extra Jahr, das ist genau wie Revolution war von Anfang an, aber ich glaube, so will das auch passieren mit den Nachkommen, die sprechen alle super positiv von der Revolution Nachkommen, wenn man einen Sattel dabei hat und so will das auch passieren mit Vivino. Ein super Pferd, mit groß, groß Potential, finde ich. Super zur Seite her, Thomas, richtig schön. Kannst du einmal nach links und rechts machen? Yes, genau. So, sehr, sehr gut. Und guck mal, der verloren, kein Takt überhaupt. Immer schön ruhig, sehr gut. Ja, richtig. Und können wir eine Verstärkung machen. Kann man sehen hier auch, wenn er seine Kraft hat, super. Sehr, sehr gut. Richtig. Ja, dann haben wir nicht so viel zu sagen. Und ich finde auch hier mit den Wendungen und so, das finde ich sensationell mit diesem großes Pferd hier, wie sie sein Oberarm und sein Körper benutzen kann. Sehr, sehr hoch Qualität. Sehr gut. Können wir einmal den Galopp hier auch sehen. So kraftvoll und arbeitet richtig schön für den Reitern zusammen her. Schöne Anlehnung. Guck mal, den Zirkel her. Das sitzt, jeder Galoppsprung hat er seinen Hinterbein unter dem Schwerpunkt. Sehr gut. Sehr gut. Und auch wenn er nach vorne geht, sieht man die Größe von dem Galopp. Richtig. Sehr, sehr, sehr gut. Komm her vorne. Guck mal her. Ja, gibt fast nichts besser. Super. Super Galopp. Und er hat auch langsam angefangen mit ein bisschen Außengalopp, ein bisschen Übergang zum Trab und so weiter. Ja, hier eine Wendung. Zurück. Das Pferd bleibt immer am Hinterbein dabei. Komm schön zurück. Bleibt bei Thomas. Sehr gut. Und zurück. Super. Ja, sehr gut. Kannst du auch einmal probieren nach rechts, dass du einen Zirkel hier zurück wolltest. Zurück. Und dann Außengalopp und Übergang zum Trab. Top. Top. Sehr, sehr gut. Immer so ruhig in Anlehnung. Das finde ich toll und super. Ja, yes. Genau. So schnell ist das Pferd wieder zurück in seinen Takt. Top. Und auch hier Anlehnung. Ja, sehr gut. Bleibt immer mit seinem Schwing mit dem Körper. Ja, sehr gut. Ja, Schritt ist auch sehr, sehr gut. Ein großes Schritt. Gut im Takt. Und super Anlehnung hier auch. Super. Das ist ein Pferd, wo wir viel, viel Hoffnung haben. Perfekt. Sehr, sehr glücklich. Wir freuen uns. Hoffentlich können wir die Weltmeisterschaft mit ihm reiten 2021 hier. Ein tolles, tolles Pferd. Vielen Dank, Thomas. Ein super Job hast du gemacht. Top. Danke, Dankeschön.